U-Boot. Mit Nuklearantrieb. Keine Amerikaner, keine Briten. U-Boot mit ballistischen Raketen. SSBN. Vor dem Untertauchen. Sean Tretz, Sie sind dabei. Morgen früh um vier geht's los. Sie sind unsere Lebensversicherung. Viel Glück, mein Junge. Und was genau ist das? Akustische Kriegsführung? Klingt gefährlich. Okay, ich hab was auf der Spur. Viertaktisch. Kein U-Boot hat vier Rodeblätter. Schon klar. Und was ist mit dem Treffpunkt mit den Kampfschwimmern? Das Wolfsgeheul. Er hat uns geordert. In den Gefechtsstand. Wir sollen die Kampfschwimmer holen. Das ist die Mission. Drei Aufschläge auf dem Solar. Ich hör ständig das Wolfsgeheul. Denk nicht mehr dran. Ich krieg raus wie so. Es herrscht Alarmstufe 6. Grand Champ. Sie übernehmen das Atom-U-Boot mit den ballistischen Raketen. Das Aushängeschild der Marine gehört Ihnen. Sie übernehmen die Effroyable. Vor mir durch! Dossi? Sie werden Kommandant der Titan. Sie werden die Effroyable eskortieren, bis sie in tiefste Gewässer abgetaucht ist. Unser Stadtpräsident hat befohlen, den Gegenschlag durchzuführen. Es wurde ein schwerer Angriff auf die französische Republik eingeleitet. Uns wurde eine Falle gestellt. Ein Leben lang habe ich jungen Leuten beigebracht, das Protokoll zu achten. Und jetzt soll ich es umgehen? Das sind unsere Brüder. Das sind Matrosen, die den Befehl haben zu erschießen. Wir haben keine Wahl. Es ist da. Das sind Matrosen, die den Befehl haben.